Hey Papa, was machst du da? Ich trainiere. Solltest du nicht zur Arbeit fahren? Ab heute nicht mehr. Bist du vielleicht arbeitslos? Nein Schatz, ich habe meine Arbeitsstelle bei der Firma gekündigt, um selbstständig zu werden. Ab heute bin ich Freelancer und arbeite wann und wie ich möchte. Drei Gespräche zum Thema Arbeit und Beruf. Was sind Sie von Beruf? Ich bin Kaufmann. Wo arbeiten Sie? Ich arbeite bei der Firma Memo. Seit wann arbeiten Sie bei dieser Firma? Seit zehn Jahren. Und wie lange arbeiten Sie? Ich arbeite 40 Stunden pro Woche. Wie viel Urlaub haben Sie im Jahr? Ich habe 20 Arbeitstage Urlaub im Jahr. Wie sind Ihre Arbeitszeiten? Die Arbeitszeiten in meiner Firma sind sehr flexibel. Unser Arbeitgeber akzeptiert unterschiedliche Arbeitszeitmodelle. Das gefällt mir. Was meinen Sie genau? Wir haben ein sogenanntes Arbeitszeitkonto. Ein Mitarbeiter muss zum Beispiel 40 Stunden pro Woche arbeiten. Aber er wählt selbst, wie lange er pro Tag arbeitet. Manche arbeiten auch im Homeoffice. Das heißt, sie müssen nicht jeden Tag ins Büro fahren. Sie können zu Hause arbeiten. Machen Sie Überstunden? Nicht so oft. Aber manche Kollegen von mir arbeiten bis zu zehn Stunden jeden Tag. Wann machen Sie Mittagspause? Um 12.30 Uhr. Und wie lange machen Sie Pause? Eine halbe Stunde. Also bis 13 Uhr. Wann machen Sie Feierabend? Um 17 Uhr. Verdienen Sie gut? Ja, es ist genug. Wie viel verdienen Sie im Monat? Ich verdiene 1.500 Euro im Monat. Wie kommen Sie zur Arbeit? Ich fahre jeden Tag zehn Kilometer mit dem Auto zur Arbeit. Was gefällt Ihnen an der Arbeit? Mir gefallen der Kontakt mit den Kollegen und die Arbeitsatmosphäre. Herr Mayer, was machen Sie beruflich? Jetzt bin ich Rentner, aber ich arbeite ehrenamtlich bei einer Hilfsorganisation. Was haben Sie studiert? Ich habe eine Ausbildung zum Krankenpfleger in Berlin gemacht. Wann haben Sie die Ausbildung abgeschlossen? Ich habe die Ausbildung 1987 abgeschlossen. Wo haben Sie gearbeitet? Ich habe in einem Krankenhaus in Hannover gearbeitet. Und wie lange haben Sie das gemacht? Fast 30 Jahre. Hat Ihnen die Arbeit gefallen? Ja, die Arbeit hat mir gut gefallen. Was hat Ihnen an den Job gefallen, und was nicht? Das Gute war, dass ich vielen Leuten helfen konnte. Ich habe kranke Menschen gepflegt und versorgt. Nur die Arbeitszeiten habe ich nicht so gut gefunden. Manchmal war es sehr stressig und ich hatte nicht so viel Freizeit. Wir mussten in Schichten arbeiten und der Nachtdienst war für mich sehr ermüdend. Wann sind Sie in Pension gegangen? Vor zwei Jahren. Markus, studierst du oder arbeitest du schon? Ich bin noch Student, aber ich arbeite Teilzeit als Kellner in einem Restaurant, um mein Studium zu finanzieren. Was studierst du? Ich studiere Betriebswirtschaftslehre an der Uni hier in Berlin. Wann bist du in der Uni und wann gehst du zur Arbeit? Während der Woche, also von Montag bis Freitag, bin ich in der Uni. Da besuche ich Kurse und Seminare. Und am Wochenende arbeite ich. Was sind deine Aufgaben im Restaurant? Ich begrüße die Gäste, notiere die Bestellungen, serviere die Getränke und das Essen, rede ein wenig mit den Leuten und schreibe Rechnungen. Wie lange arbeitest du denn am Wochenende? Ich arbeite von 11 bis 17 Uhr. Verdienst du genug? Der Verdienst ist nicht schlecht, es ist genug fürs Studium. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Ich möchte ein dreimonatiges Praktikum bei einem großen Unternehmen machen und versuchen direkt nach dem Studium eine Stelle zu bekommen. Aber zuerst muss ich natürlich mein Studium erfolgreich absolvieren. Viel Erfolg dann! Danke! 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 Danke!